Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem erneuten kleinen Podcast. Ein bisschen kürzer dieses Mal, wie ihr bereits sehen könnt, weil heute ist im Endeffekt die Testphase und ich möchte euch fragen, wollt ihr überhaupt diese Podcasts haben? Ich habe jetzt in letzter Zeit auf Twitter, auf YouTube und überall so ein bisschen gelesen, Max, such dir doch öfter mal ein Thema und brabbel darüber einfach mal ein paar Minuten. Ja, brabbel darüber mal längere Zeit oder mach einfach mal so das Mikrofon an und laber einfach drauf los, eine Stunde lang oder sowas. Lass dich über irgendwas aus. Das sind ja im Endeffekt Podcasts, das sind Freestyle-Podcasts mehr oder weniger. Allerdings kann man natürlich das Ganze auch mit Gästen machen. Wenn das Ganze ein bisschen mehr etabliert ist, natürlich würde ich erstmal alleine arbeiten, aber später vielleicht noch mit Gästen. Ich habe da so ein paar Leute im Kopf, es wurden mir auch ein paar Leute schon vorgeschlagen und vielleicht habt ihr da ja Bock drauf. Wenn ja, lasst auf jeden Fall auf dieses Video hier einen Daumen nach oben da. Ich habe noch nicht so wirklich einen Namen. Ich denke mal, ich werde den Namen nehmen, den ich bisher am besten finde, aber vielleicht schreibt mir mal in die Kommentare. Wenn ihr Vorschläge habt, kann ja durchaus sein, dass ihr da irgendwie eine Idee habt, die euch deutlich besser gefällt als das, was ich jetzt hier rauskreiert habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bin auch gespannt, wie eure Resonanz ist zu diesem Vorschlag. Ich denke, wir haben einige coole Themen. Es wird auf jeden Fall ein Video geben zu der ganzen Sache mit Sponsoren bzw. mit Investoren im Fußball und allgemein im Geld. Das wird ein bisschen später kommen, wenn ich meine Bachelorarbeit fertig habe. Ich muss sie am 16. April abgeben. Dementsprechend könnt ihr da gefasst sein, dass ich irgendwann in dem Zeitraum auch das Ganze abgeben werde, bzw. nicht abgeben werde, sondern hochladen werde. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Die dürft ihr dann wahrscheinlich auch lesen, die Bachelorarbeit. Je nachdem muss ich mir noch entscheiden und werde ich auch die Note erstmal abwarten, natürlich, bevor ich das Ganze veröffentliche. Einfach auch, ich glaube, das darf ich gar nicht veröffentlichen, bevor ich die Note habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute geht es, wie ihr bereits im Titel lesen könnt und in dem Video beweisen. Es wird übrigens nicht immer nur Fußballthemen geben. Vielleicht gibt es auch noch ein anderes Thema, was irgendwie in der Welt rumgeht. Und diese Woche gibt es einmal halt den Videobeweis und einmal noch die ganz krasse Sache mit Davida Astori. Und auf die möchte ich zuerst mal eingehen. Es ist wirklich heftig. Also wer es nicht mitbekommen hat, der Kapitän der Fiorentina, der ehemalige Nationalspieler, ich weiß gar nicht, ob er aktueller Nationalspieler war, und Familienvater Davida Astori, ist im Alter von 31 Jahren in einem Hotel in Udine gestorben bzw. tot aufgefunden worden, am Sonntagmorgen vor dem Auswärtsspiel der Fiorentina bei Udinese Calcio. Natürlich weltweite Bestürzungen, weltweite Reaktionen, gerade natürlich die europäischen, italienischen Spieler geschockt. Beispielsweise an Andrea Pöhrle, der zusammen mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt hat, hat ein sehr emotionales Bild gepostet von denen am Strand. Ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, gerade auch für die Familie, wie gesagt, 31 Jahre alt. Eine Tochter, die wird dementsprechend nicht so alt sein. Und eine Ehefrau, die er zurücklässt und unerwartet gestorben. Zunächst mal hat der Verein bekannt gegeben, dass das Ganze aufgrund einer plötzlichen Krankheit passiert ist. In den Medien war von einem Herzinfarkt die Rede. Ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Auf meinem Stand kann sein, dass es mittlerweile durch ist, aber, also vielleicht wisst ihr mehr, aber auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr krass, weil man sollte normalerweise erwarten oder denken, dass Hochleistungssportler relativ ungefährdet sind, was solche Sachen wie Herzinfarkt im jungen Alter angeht. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die Scheiße bauen, sie Scheiße ernähren, Alkohol trinken, rauchen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz unterlaufen die durchgehende Kontrollen von irgendwelchen Medis und von irgendwelchen, ja quasi, Vereinsärzten. Und dass er dann einfach so einfach aus dem Nichts wirklich stirbt, von einem Abend auf den anderen, ohne dass es irgendwer erwartet hätte, das ist schon wirklich, wirklich heftig, wirklich, wirklich krass. Da kann man nur Beileid an die Familie aussprechen, natürlich auch Mitleid dem Club gegenüber und hoffen, dass die, ja, einigermaßen irgendwie damit klarkommen, in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten. Es ist immer hart, wenn ein Spieler stirbt. Ich kenne das natürlich selber als 96-Fan vom Tod von Robert Enke. Und, ja, gerade aber für die Familie natürlich ist es nochmal deutlich schlimmer. Vor allem eine junge Tochter, dadurch ist wahrscheinlich dazu eine Frau. Das ist absolut nicht schön und diese schwere Zeit, da brauchen sie jetzt allen Beistand der Welt und vor allem aber auch nicht die Aufmerksamkeit und Heuchelei, den Respekt und die heuchelte Beileid von irgendwelchen Randoms aus aller Welt. Die brauchen jetzt vor allem für Unterstützung vom Verein, die brauchen jetzt vor allem für professionelle Unterstützung, denke ich mal. Und ich hoffe auch, dass das schnellstmöglich aufgeklärt wird, beziehungsweise schon wurde, was denn letztendlich die wirkliche Todesursache war, beziehungsweise die plötzliche Krankheit, auch wenn uns das vielleicht alles nicht angeht, sondern eher die Angehörigen und den Club. Weil die natürlich auch wissen wollen, ob sie es irgendwie verhindern können. So, das ist auf jeden Fall ein trauriges Thema, deswegen möchte ich auch gar nicht zu lange darüber reden. Ich habe allgemein nicht zu lange Zeit, weil dieses Video heute noch kommen soll und es ist eigentlich mehr die Frage, sollen Podcasts kommen oder nicht. Und deswegen das Thema auch relativ knackig heute, weil es eher eine Frage an euch ist. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, wie seht ihr den Videobeweis? Das ist ja ein Thema, was jetzt gerade sehr relevant geworden ist, weil die IFAB-Entscheidung ist, dass der Videobeweis offiziell ins Regelbuch eingeführt wird. Dementsprechend wird ja auch bei der WM 2018 in Russland zum Einsatz kommen und wir haben in Zukunft ein hoffentlich faireres Spiel. Die Frage ist allerdings, ist das Spiel wirklich fairer? Weil im Endeffekt ist das so eine Sache, die Fußballfans diskutieren. Einerseits dauert der Videobeweis natürlich teilweise sehr lange. Ja, da kann mal eine Verzögerung von zwei Minuten auftreten. Die Fans wissen nicht, was wirklich passiert. Es gibt keine wirkliche Live-Übertragung im Stadion oder irgendwas. Die Schiedsrichter haben natürlich individuelle Ansprüche, sowohl die Videoschiedsrichter als auch der Schiedsrichter im Stadion. Die können die Situation unterschiedlich bewerten. Die Sache ist also, ist es wirklich objektiv, beziehungsweise wann darf der Videoassistent eingreifen, wann sollte er nicht eingreifen, wie ist das Ganze mit dem Upside geregelt. Ich denke mal, es wird eine kalibrierte Linie geben zur WM, ansonsten würden sie es nicht ins Regelwerk aufnehmen, beziehungsweise werden sie jetzt mit Nachdruck daran arbeiten, dass diese Linie zustande kommt. Aber ansonsten ist er natürlich extrem bitter, weil wir hatten jetzt gerade erst vor einer Woche die Mega-Diskussion im Nordderby. War denn Belfodil bei diesem Tor im Upside oder war er es nicht? Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, als Sky eine Linie gezogen hat, dass er nicht im Upside war. Aber diese Linie zu ziehen hat auch erst mal gedauert. Allgemein gab es auch dieses Beispiel aus England mit Ashley Young war es, glaube ich, mit ganz, 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 ganz katastrophalen Linien, die irgendwie gezogen wurden, ich glaube, von irgendeinem Fernsehteam. Also es ist wirklich kritisch, gerade das Upside. Und das kann natürlich wichtig werden. Auch gibt es am Wochenende oder gab es am Wochenende wieder einige Beispiele, wo man sagen kann, ja, der Videobeweis ist gut und ja, der Videobeweis ist eher schlecht. Also beim Spiel Bayern gegen Freiburg, klar, Wagner stand nicht im Upside, so war alles regelkonform, dementsprechend zählt sein Tor. Das ist ein guter Videobeweis, der ist sinnvoll eingesetzt worden. Allerdings, es war wohl irgendwie kritisch, aber ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter irgendwie selber an sich ans Ohr gefasst und selber nachgefragt hat, sondern dass der Videoassistent eingegriffen hat und gesagt hat, guckst du nochmal an. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Anders ist die ganze Geschichte in Gladbach gewesen. Ja, in Gladbach hat der Videoassistent, soweit ich mich erinnere, nicht eingegriffen. Ich weiß nicht, ob er eingegriffen hat, aber auf jeden Fall gab es diese, ja, Szene nach dem 2 zu 0, vor dem potenziellen 3 zu 0, eine Flanke auf Jonas Hofern und der köpft Eggestein an die Hand. In meinen Augen absolut keine natürliche Handbewegung und absolut bitter für Gladbach, weil das erstens nicht natürlich war und zweitens halt irgendwie klare Vergrößerung der Körperfläche und das Tor verhindert hat, ja. Also der Ball wäre, denke ich mal, schon aufs Tor gekommen und dementsprechend ist das sehr, sehr bitter für Gladbach, dass daraus, nee, dass 3 zu 0 damit dementsprechend auch die Vorentscheidung entstanden ist. Zumal, das muss man ja einfach dazu sagen, im Endeffekt, ja, hat Bremen noch ein 2 zu 2 geholt. Es gab so einen Videobeweis, wie ich gerade sehe. Es ist kurze Distanz, also das steht ja zumindest gerade bei Kicker, aber aus kurzer Distanz, der Arm hat dann nichts, und es ist ein Handspiel, also in meinen Augen hat sich Gladbach zu Recht aufgeregt und wenn man allgemein auf die Gladbacher Historie guckt, hatten die sehr viele Szenen in den letzten Monaten, wo ihn der Elfmeter verwehrt wurde oder wo sie Pech hatten mit solchen Entscheidungen und das ist für Vereinen natürlich immer extrem bitter. In der Hinrunde kann ich mich auch noch erinnern, 96 mit Felix Klaus, einige Situationen gewesen, die keine Elfmeter waren. Klaus fällt immer sehr spektakulär, aber wir hatten da oft Situationen, wo der Videoassistent eingegriffen hat beziehungsweise nicht eingegriffen hat und er hätte eingreifen können, beziehungsweise aus Sicht der Fans und das ist halt eben die Sache, wann dafür eingreifen, wann nicht, wann ist es wirklich objektiv und wann ist es wirklich nötig, dass der Videoassistent eingreift, weil bei manchen Sachen, das ist wirklich kleinlich, minimalste Kontakte kann Entscheidungen und der Videoassistent greift an und gibt einen Elfmeter und in anderen Situationen, die genauso sind, dann halt eben nicht. Und das ist in meinen Augen zu individuell, das ist nicht klar festgelegt und da finde ich, muss was passieren. Zumal es am Wochenende halt noch weitere Negativbeispiele gab, beziehungsweise ein Negativbeispiel und ein Positivbeispiel-Videobeweis im gleichen Spiel. Und zwar bei Hannover 96 gegen Antwerp Frankfurt, dementsprechend besonders gut, dass ich darüber reden kann. Erstmal das positive Beispiel. Miko Albonus bekommt Mitte der zweiten Halbzeit den Ball von, ich glaube, Iva Vossum zugespielt oder von Pilmin Schwegler, geht in den 16er und wird vermeintlich gefoult. Fällt auf jeden Fall. Ja, aus der Sicht schießt sich das von hinten. Das Ganze sieht, muss man auch sagen, wirklich, er kann da nicht wirklich was für, weil die Schwalbe war grundsätzlich gut. Er fällt drauf rein und es gibt den Elfmeter. Ja, aber der Videoassistent sagt, hey, 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 guck dir das nochmal an und man sieht in den V-Bildern ganz klar, komplett offensichtlich, dass Albonus nur schwalbt. Kein Kontakt, er will nur den Elfmeter schinden. Ganz, ganz miese Schwalbe. Auch wenn ich Albonus mega mag, wie ihr wisst und auch 6,90-Fan bin, das geht gar nicht. Und dementsprechend gibt es den Elfmeter vollkommen zu Recht nicht. Gut vom Videobeweis, plus es gibt die gelbe Karte für Albonus und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil es halt eben versucht, einen Elfmeter zu schinden. In England wird das ja jetzt auch gesperrt, beziehungsweise geahndet, mit nachträglichen Sperren teilweise, wenn die Schwalbe krass war. Aber da gibt es ja den Videobeweis in der Liga zumindest noch nicht, nur im Pokal. Und hier wurde es halt jetzt nachträglich mit einer gelben Karte für Albonus geahndet. Finde ich gut. Finde ich richtig so, weil es war halt eine Schwalbe. Das ist eine Szene, wo der Videobeweis wirklich offensichtlich war. Das war keine Kannentscheidung, das war eine Mussentscheidung. Und er hat ihn so eingesetzt, dass es im Endeffekt sogar eine Strafe gab für das Team, was halt eben den Fehler gemacht hat, beziehungsweise das Problem gezeigt hat. Das ist ein sinnvoller Einsatz vom Videobeweis. Die Sache ist halt, es gibt einige Situationen, wo der Videoassistent nicht eingreift, was ich nicht verstehe. Weil aus diesem Elfmeter wäre wahrscheinlich ein Tor gefallen. Aus einem Eckball fällt in den Statuten beziehungsweise in den Regeln des Videobeweises offensichtlich nicht zu häufig ein Tor. Denn der Eckball vor dem 1 zu 0 war keiner. So, und das ist bitter. Das gab es in der Vergangenheit auch öfter, dass der Ball im Aus war, beziehungsweise nicht im Aus war und es halt Eckball gab und der Videoassistent kann das sehen, greift aber nicht ein. Genauso beispielsweise, wenn der Ball von einem Gegenspieler jetzt ausgeht. Also eigentlich müsste es Abstoß geben, es gibt Eckball oder es gibt, ich sag jetzt mal so, ein Eckball ist ja keine hundertprozentige Torgelegenheit. Also wenn der Ball vom Verteidiger jetzt ausgenutzt, es gibt Abstoß, gut. Aber wenn der Ball vom Stürmer ins Tor ausgeht und es gibt dann den Eckball, also im Eckball steht ein Tor, dann ist das in meinen Augen klar rein, das ist vom Videobeweis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es in manchen Situationen nochmal analysiert wird, ob 30 Sekunden vorher ein faul im Mittelfeld war. Irgendwann ist halt diese Zeitspanne um, aber nicht bei Standards. Auch bei Freistößen. Ich glaube, das war bei RB gegen Augsburg, ich bin mir gar nicht sicher, irgendwas mit RB-Beteiligung oder gegen Mainz. Ich weiß nicht mehr ganz genau, das war auf jeden Fall eine strittige Szene, wo es dann doch einen Freistoß gab und im Endeffekt ist daraus ein Tor entstanden, wo sich Leipzig auch ja schon viert hat. Und das finde ich halt wirklich kacke. Ich persönlich muss sagen, 96 hat das Spiel gegen Frankfurt komplett verdient verloren. Ja, also wir hätten das nicht gewinnen sollen, dürfen, müssen. Müssen vielleicht schon, aber also aus Fansicht jetzt, aber nach dem Spielverlauf hat Frankfurt verdient gewonnen, zumal Chauner uns halt das Leben gerettet hat, im Endeffekt, dass es nicht noch höher ausgefallen ist. Aber dieses Tor, was gefallen ist, das hätte halt in meinen Augen es nicht geben dürfen, weil es war kein Eckball. Ja, und dann ist das halt wirklich eine kritische Geschichte. Warum darf der Videoassistent bei Standards nicht eingreifen, vor allem, wenn ein Tor daraus entsteht? Weil das Spiel schon wieder angepfiffen war oder irgendwas? Ich finde, sowas sollte man sich auch angucken dürfen, ja? Weil nicht nur ein Elfmeter ist ein Standard, aus dem ein Tor entstehen kann. Und wenn ein Tor entsteht, dann sollte es immer überprüft werden, ob es vorher irgendwas gab und nicht nur, ob 30 Sekunden im laufenden Spiel vorher was passiert ist. Natürlich kann man da jetzt wieder sagen, ja, das verzögert das Spiel so extrem und das ist doch das, was wir nicht wollen, dass der Fußball kaputt gemacht wird, dass so Zufälle kaputt gemacht werden. Ja, aber Fairness-technisch kann ich schon verstehen, dass sich da einige Vereine drüber echauffieren und einige Vereine da keinen Bock drauf haben. Und gerade bei einer WM, jetzt stellt euch das mal vor, eine WM-Finale wäre das passiert. Ja, das geht da einfach gar nicht. Und da würde ich halt gerne mal eure Meinung, also in meinen Augen geht das gar nicht. Und dementsprechend würde ich da gerne mal eurem Mann in den Kommentaren wissen, ballert das mal raus, was denkt ihr darüber? Ja, das soll es auch gewesen sein, ansonsten gibt es nicht groß was zu erzählen in diesem Video. Ich würde halt ganz gerne wissen, habt ihr Bock auf diese Podcasts, habt ihr Bock auf Gäste, wenn ja, schlägt euch gerne Leute vor in den Kommentaren und habt ihr auch Bock auf vielleicht Podcasts außerhalb vom Fußball oder wer den nicht kennt, da solltet ihr sich mal eine Folge vom True Geordi Podcast angucken, wo ich einfach ein bisschen drauf loslabere, ja, wo ich mir einfach ein Thema suche und mich daran aufhänge und einfach über Gott und die Welt labere. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das war es, wie gesagt, von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Passt aber auf. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.